Deshalb können wir allen Oberbürgermeistern nur Mut machen. Liebe Patrioten, liebe Demokraten, liebe Gleichgesinnte. Ihr seid bereit, ihr auch. Dann kommt auf die Bühne. Ich darf euch auf Auflagen bescheinigen. Konnt reagiert. Und dieser Mann ist nicht nur ein wunderbarer Untergrund. Dieser Schlachtruf, weil wir sind ja friedlich. Es ist dieser Frieden und Freiheit. Der befreit sich von allen Pflichten. Sie widerlegen sich mit jedem einzelnen Gesetz verletzt. Und alle Wagen haben. Er ist sogar Molekularbiologe. Das heißt, er kennt dich. Untertitelung des ZDF, 2020